ja und damit herzlich willkommen zurück zu guardians of ember hier bei explorer ip mit dabei der dark und wir sind in dem shifting core dungeon im hardcore modus der vom level her bis ich habe gepult level her ein bisschen höher ist und deswegen hängen wir schon fast seit drei folgen und werden auch wahrscheinlich noch ein paar folgen mehr drin hängen sklette pass auf die machen aua guck mal hinter dir acht beine hässlich jesus maria und josef großer bank von hier war gleich viel besser so für nichts gucken die köter die köter ist das ich hoffe dass ich ein paar sachen anziehen kann ich habe die taschen voll ich habe gerade jetzt sehen warte bitte Da rennt ich. war es geplant natürlich nicht tot was Und das noch sind viel. Nee. Das ist noch so hart, ne, Kischhörner Da ist er, hau ab. ich glaube ich kann ein paar attributspunkte vergeben sollte man eventuell machen muss schon keine kürz kriegen muss man das jetzt mal gerade weil ich muss mal eben meine sachen gerade böse rot ich habe gar nicht geguckt bei mir wo sieht man das eigentlich ob das sie ob die sachen jetzt operiert werden müssen oder nicht dann sagt er irgendwann unten an ok ich guck mal eben wegen equip aber da hat sich jetzt leider nichts geändert healing minus attack nur krepp nur krepp was zum kotzen attack healing ja gut kann man die anziehen healing defense was nicht einen schönen stab für mich welchen sagt gar nichts weil das kann nix kann ich alles verkloppen hier alles nur rotz 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 was haben wir hier skills hat er gesagt 9 was haben wir denn den werde ich als nächstes gehen ja es gibt uns eine aura aber ich wüsste nicht welchen spell ich dafür rausnehmen da wir ja immer noch hier kein spell reintun können warum auch immer was denn mit der secondary class hier charakter trumps so das habe ich ja schon das ist neu ne ja die hebe ich mir noch auf die punkte hier was sind du jetzt schon wieder ich hab da was gesagt Wir werden sterben. Ich will ne Waffe haben, Mensch Kinder. Kann das so schwer sein. Läuft doch. Aber ja. Oh, was jetzt kommt. Posse, Posse, Posse. Bin ich mental schon bereit dafür? Irgendwie... Check out my new trick, was? Cannot use attack skill, was? Ach, der beamt sich. Ist das ein neues skill? Na ja, Freund, der Sonne. Der mag dich. Der lässt sich nicht mehr aus den Augen gehen. So, das war noch ein bisschen. Zumindest ein Boss, der schnell geht. Die erste Version von dem, der hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Und tschüss. Na, gehst du mal die Buchs aufheben? Keine Truhe, hier nix. Er bär nicht. Die Truppen sind doch so schon ziemlich ordentlich. Mal spannend, was der letzte Boss drauf hat. Aber dann kommt da noch einer. Der wird ja schon einfach so zu sagen, eben wahr werden. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt lang? Hahaha. Das ist richtig lustig. Sollen wir keinen respawn haben? Alles okay. Geisterbangen durch. Sehr schön. Geisterbangen durch. Okay. Ja, komm, dann geh mal rein gucken. Vielleicht ist hier noch eine Box. Oh, Geister. Hm. Das ist ja bestimmt noch eine Kiste. Desolate Brustplatte. Will ich nicht. Oh. Okay. Hallo Freunde. Ja. Alles andere wäre auch viel zu langweilig gewesen. Oh. Ja. Du bist so schnell. Ich komm dir ja nicht hinterher, Kollege. Ich sterbe gerade. Ja, das ist ja klar. Du bist es äh. Ich weiß gar nicht. Wir lagen auch was blaues. Ein Schwert. Das ist alles kaputt. Kein Wunder, dass die alle angepisst sind. Hier kommen wir nicht zum Bus. Das bleibt nicht in die echte Hülle. Links von der Schirner hier zwei von der Hände. Wir haben einen 10er Bonus geschafft. Warte. Gold. Das ist bestimmt noch so ein Spinn und Vieh wieder. Du schießt die halbe Zeit vorbei. Ist ja schon klar. Was? Du schießt die halbe Zeit vorbei. Ich bin gar nicht. Sehe ich doch. Voll gelobt. Ich will nicht. Ich hasse diese Küche. Schöne. Schöne. 1 Wurzug 4 12 1 200 1 3 1 2 3 noch ein paar Sklöte und auch das noch Sklöte Alter, wieso finde ich nur Schwerterdeutsch und so ein Rotz? Er braucht ja keiner, hallo? Gott, Gott! Schimera habe ich glaube ich schon, brauche ich gar nicht mehr. Noch zwei Level, ich will auch entzaubern, können. Aber gab es nicht mit Level 28 einen passiven Skill? Die Tür hinter dir ist auf, ne? Sollen wir nicht rein gehen gucken? Ne, ich will zum Boss. Oh, ich habe gepullt. Viel Spaß. Okay, jetzt gehen wir zum Boss. Ich will Spaß, ich will Spaß. Äh, warte, jetzt. Heilung? So, dieser Raum wäre klar. Ja. Bist du sicher? Mhm. Warten wir irgendwo mal so einen Kisten oder so zum kaputt machen, ne? Ach Gott. Hm. Äh, dass ich noch zwei Lebensbalken haben müssen, ist so ätzend, ja. Ja. Okay. Hmm? 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 Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Der Letzte. Der Vorletzte. Der Letzte hier drin, glaube ich. Okay. Darf ich? Joach. Welcome to my world. Okay. Was kann er? Ah, er spawnt Kollegen. Selbstzerstörung, was? Fies? Give her a round of applause. Was an den Kopf ist? Ich muss mal da mit Trash eventuell äh... Hat mich grad gefressen oder so. Ah, die explosieren, die Fischer. Die kleinen. Hallo. Ich bin da mit Trash eventuell. Wischsten. Ich bin da mit Trash eventuell. Ich bin da mit Trash eventuell. Aber dort geht es dann! Alter Okay, die brauchen wir gar nicht töten, die droppen, die eine Zeit lang hinterher und dann explodieren die Oh, Dark, was ist los? Ein bisschen Blass um die Nase Alter Super Ich muss laufen Du hast den Drecksack direkt zu mir gepultert, hast du mit Absicht gemacht, jede Wette Du bist bei mir hingekommen Ja, ja, ja Gott Äh, ich kann ja jetzt auch nicht die ganze Zeit aufhalten, ne? 6% AP, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit im Kreis laufen Äh Doch, kann ich Mach's gut Okay, das wird ein langer Weg Ja, gut, Bummi Ja Was? Ja, machen wir die Folge ein bisschen länger Wir sind jetzt schon bei 26 Minuten Nein, Geister, die Geister, die schrieb Wie sollen wir denn jetzt hier, Geister Wie lange laufen wir am hinterher? Ewig Okay Ich werde es schaffen Oh Gott Jetzt müssen wir hier lang Mal gucken Ne, stimmt, kann ich ein bisschen hier durch Und hier durch Und hier durch Dass du hier jetzt mal auch den kompletten Weg laufen musst, ne? Ist das bei Diablo auch so? Aber da sind die Dungeons nicht so groß, oder? Ne, ich glaube auch Es gibt auch riesige Dungeons, aber Du zahlst die Gold, wenn du irgendwie spawnst Das ist zwar auch nicht so knapp, aber Du hast hinter Millionen Da interessiert das einen nicht mehr Müssen wir doch bestimmt dann jetzt Den einen Bus machen, wobei die Ketten nicht durchgekommen sind Weil wenn ich jetzt überlege, dass ich Ähm, bei Diablo Zumindest das letzte Mal, wo ich reingeguckt habe In meinem Account, so zu knappe Ich glaube 600 Millionen Gold hatte Boah Und nein Ich habe keinen Schenerfarmer oder sowas Beauftragt So, ich bin fast da Langsam wird es anstrengend Ja Ich weiß auch, wenn du da bist Du kommst ja eh nicht rein Wieso nicht? Wieso komm ich nicht rein? Du stehst vor der Tür? Äh, stimmt Jetzt bin ich aber dran Alter, verpiss dich Okay, warte mal Oder machen wir Oder machen wir Äh, wir sind bei 29 Minuten Dann müssen wir hier einen Cut machen Und ich wollte mal irgendwas schauen Äh, wir wünschen dir da draußen auf jeden Fall Einen schönen Tag, einen schönen Abend Je nachdem, wann du die Folge hier siehst Bedankt uns fürs Zuschauen Wünschen dir auf jeden Fall Ja, alles Gute Und tschüss Bis demnächst Bye-bye Und ciao, ciao Tschüss 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 Tschüss